herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute geht es darum dass wir die bombetten die wir in dem letzten video selber gebaut haben vergleichen und zwar vergleichen wir heute den alten fb3 den neuen fb3 und fb3 small jetzt fb3 small den neuen fb3 mit 2,1 gramm nec jetzt der alte fb3 mit 3 gramm nec das war's mit dem video leute wenn euch das video gefallen hat lasst auf jeden fall eine positive bewertung da vergesst nicht zu liken kommentieren und abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder macht's gut leute haut da rein und ciao